Oh, Scheiße. Was schaust du da? Ich hörte dich in der Tür. Was? Ich hörte dich in der Tür. Ich dachte, wir könnten uns helfen. Wie ist das? Du brauchst Geld. Ich brauche eine Fahrt. Ich stehe jetzt nicht. Danke. Ich gebe dir 10.000 Dollar, um mich zu Paris zu fahren. Ich bin total bescheuert, oder? Ich denke nicht, dass du bescheuert bist. Was ist das? A Joke? Some kind of scam? Nein, es ist kein Scam. Und ich werde dir noch 10.000 Dollar, als wir da sind. Jesus. Ist das für dich? Schau, du drive, ich pay. Es ist so einfach. Scheiße. Ich habe genug, okay? Okay. Okay. Kann ich meine Geld zurück? Okay. All right, go. Keep going. Go. There. Wait. No. It's got to be near the end. Oh, come on, folks. We caught a break here. Let's go. Okay, I'm up. We're getting grids. Airline, train, hotel. Who's getting the address? The street? Kevin Scheich. Here we go. I got it. I think I got it. Is it him? Unreal. Just 38 minutes ago. Hey, sir, police are looking for an American man carrying a red bank bag. He just tore up the embassy and he put two cops in the hospital last night. Get everybody up. Do it now. I want them all activated. Wait. All of them? At the same time? You heard me. I want born in a body bag by sundown. All right. Let's get a map up here. Come on, folks. Work it! Let's get it up there. Let's go. Let's get it up there. Let's go. Let's go. Let's get it up there. Let's go.